US-Präsident Joe Biden erinnert an Bin Ladens Tötung vor 10 Jahren. Da könnte man ja ein Denkmal setzen für die Mörder. Vielleicht direkt neben dem Denkmal für Corona-Opfer. Sollte dann irgendwann in unserer Welt Vernunft einsetzen, hat man dann Denkmäler zum Schleifen. Vernunft in der Welt, wir wollen ja nicht mit dem Schlimmsten rechnen. Am 3. Mai 2021 ein Montag. Bleiben wir gleich in den USA. Der US-Außenminister schließt einen militärischen Konflikt mit China aus. Sollten wir noch mal Glück gehabt haben? Es ist zutiefst gegen die Interessen sowohl Chinas als auch der Vereinigten Staaten an diesem Punkt zugelangen oder auch nur in diese Richtung einzuschlagen, sagte Blinken CBS. Ein Bootsunglück in Kalifornien brachte drei Tote und 27 Verletzte. Nordirland gedenkt seiner Gründung vor 100 Jahren. Proteste gab es in Kolumbien bezüglich einer Steuerreform. Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Syrien hat Staatschef Al-Assad eine Generalamnestie erlassen. Die Nachrichtenagentur Sanaa veröffentlichte ein Dekret. Hunderte Menschen protestieren im Irak gegen hohe Arbeitslosigkeiten. Wegen einer Hyperinflation hebt Venezuela seinen Mindestlohn an. Ukrainische Nationalisten in Odessa haben den sogenannten Marsch der Verteidiger veranstaltet. Dies berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Ria Novosti Moskau vor Ort. 50 Menschen starben 2014 in Odessa. Russland, Israel und andere Länder haben Märsche und Aktionen der Nationalisten in der Ukraine mehrfach verurteilt. 2014 brannte das Gewerkschaftshaus. 48 Menschen wurden getötet, mehr als 250 verletzt. Die Weltgemeinschaft hat wiederholt die Aufklärung dieses Verbrechens gefordert. Kiew verschleiert. Millionen orthodoxe Christen feiern Ostern. Wir feiern die Corona-Zahlen. 9.160 Neuinfektionen. Inzidenz 1.4.6.9. Intensivmediziner des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf behandeln mehr Schwangere auf der Covid-Station und plädieren dafür, die Frauen zu impfen. Vizekanzler Olaf Scholz erwartet bald Lockerungen für Geimpfte. Das DRK und die Kassenärzte in Mitteldeutschland sehen keine große Probleme durch nicht wahrgenommene Impftermine. Die Tafeln registrieren neue Gruppen von Hilfsbedürftigen durch die Corona-Krise. Bundesarbeitsminister Heil, SPD, will noch vor der Bundestagswahl gesetzliche Vorgaben für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften schaffen. Einzelhändler haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr fast jeden fünften Euro ihres Umsatzes über das Online-Geschäft erwirtschaftet. Bevor der Sturm kommt, noch etwas normales Wetter. Heute im Norden leichter Wind, in der Mitte freundlich, im Süden sonnig. Die nächsten Tage wird es kälter und stürmisch. Es regnet. Zum Wochenende Sommerlicht. Mache Euro Alternative Music